Hallo, ich wollte das Kissen gerne testen, weil ich immer wieder Hüftschmerzen, Rückenschmerzen habe, diese sind auch sehr stark, schlecht schlafen kann und dann habe ich von diesem Kniekissen gehört und habe gedacht, das probiere ich mal. Und ich muss sagen, seitdem ich dieses Kniekissen benutzt habe, das erste Mal habe ich super geschlafen. Ich habe noch nie so entspannt geschlafen, das Kissen ist weich, flauschig, es passt sich den Knien an und ich schlafe damit wunderbar. Und meine Rückenschmerzen sind schon weniger geworden, sie sind noch da, aber sie sind auf alle Fälle weniger geworden und ich denke, das liegt an der guten Haltung. Ich schlafe ja nun sehr viel auf der Seite und durch den Gurt kann ich das Kissen fest an meinen Beinen machen und auch wenn ich mich drehe, kommt das Kissen immer mit hinterher und es ist ein wunderbares Schlafen. Ich fühle mich frühs viel ausgeschlafener als vorher.